Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin-Update-Video und damit auch frohe Weihnachten an alle da draußen. Ja, wir haben den 24. Dezember, deswegen melde ich mich jetzt schon, weil ich dann auch den ganzen Tag noch ein bisschen unterwegs bin. Kurzes, knackiges Update und noch ein, zwei Sachen, die ich einfach euch jetzt noch so die nächsten ein, zwei Tage mitgeben möchte, wie wir uns das verhalten sollten. Ob die Korrektur jetzt möglicherweise doch schon vorbei ist, ob überhaupt noch eine kommt, werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video jetzt noch mal ein bisschen genauer anschauen. Außerdem mal einen ganz kurzen Blick auf ein, zwei Altcoins werfen, um auch hier mal meine Meinung zu sagen. Und ansonsten würde ich sagen, bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk- und Signalgruppen reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Außerdem, es gibt eine neue Folge Crypto & More, die letzte Folge dieses Jahres, dann machen wir eine kleine Pause bis zum 12.01., bis dann die neue, ja in Anführungszeichen, Staffel startet. Also hört da gerne rein bei Spotify, Apple etc. pp. So, und dann gehen wir aber rein zu Bitcoin, momentan bei 43.680 US-Dollar. Ihr seht, es hat sich kaum was geändert in den letzten Tagen und ich habe ja jetzt schon die letzten zwei, drei Wochen immer wieder gesagt, wenn eine Korrektur kommen sollte oder kommen muss, dann sollte diese wahrscheinlich bis Weihnachten abgeschlossen sein. Also eigentlich so bis 22. Dezember, letzter Börsentag und sowas. Die US-Börsen machen am 26.12. wieder auf. Spätestens dann sollte, also wirklich aller, aller, spätestens hätte dann die Korrektur abgeschlossen werden sein sollen. Jetzt haben wir nur zwei Sachen. Eine Korrektur muss nicht immer brachial nach unten gehen. Ist etwas verwunderlich, wir sind in einem möglichen Bullrun. Normalerweise sind da 20 bis 30% Korrekturen, die sehr, sehr heftig sind, normalerweise sehr normal. Das ist Punkt eins. Zweitens, Korrekturen können immer auch seitwärts verlaufen. Und das ist eben das, was wir seit, wenn wir jetzt mal hier dieses Top nehmen, seit 5. Dezember nehmen. Das heißt, wir laufen seit drei Wochen wirklich hier in der Range. Zwischen, ich sage jetzt mal, maximal 44.700 und im Worst Case waren sie 40.300 US-Dollar. Wir haben eine Swing-Position offen, das heißt, wir haben momentan keinen Druck mehr, dass wir eine Korrektur unbedingt brauchen. Spot-mäßig wäre es natürlich schön gewesen, hier nochmal eine Korrektur zu sehen. Momentan sieht es aber da noch nicht aus. Auch wenn wir hier immer noch dieses Doppeltop haben. Wir sind noch nicht aus dem Gröbsten raus. Es kann sich auch alles noch ein bisschen verschieben, was ich aber derzeit immer, immer weniger glaube. Weil eben jetzt, wo haben wir es, hier zum Beispiel, SEC sagt, Spot ETF, die Antragsteller müssen jetzt innerhalb der nächsten Woche alles final einreichen. Wir wissen mittlerweile, dass es auf jeden Fall Cash-Only sein wird. Das heißt, man kann keine Bitcoin hinschicken. Es werden neue Bitcoin gekauft, was ich auch sehr, sehr gut finde natürlich. Und wir wissen, dass BlackRock immer wieder alles neu eingereicht hat. Also immer wieder Updates gegeben hat. Also rechne ich fest damit, dass wir hier entweder eine Pre-Rallye kriegen. Das heißt, so bis zur Veröffentlichung, bis, ich weiß nicht, ich glaube, 5. bis 10. ist so die Frist. Also 5. bis 10. 1., wo dann die Bitcoin-Spot-ETFs eben kommen sollten. Denn das wäre Punkt 1, dass wir bis dahin eine Pre-Rallye sehen. Oder, und das war gestern auch noch interessant, gestern die News, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier, die auf Kryptoguru eben drin stand. Man erwartet, oder hier steht der 9 Billionen Dollar Vermögensverwalter. BlackRock plant am 3. Januar, dem Tag des ersten Bitcoin-Blocks im Jahr 2009, Bitcoins im Wert von 10 Millionen Dollar zu kaufen. Normalerweise ist das ultra bearish meiner Meinung nach. Weil, welche Großfirma gibt bekannt am 3. Januar Bitcoin zu kaufen? Wäre ja blöd, weil dann findet ja noch mehr Pre-Pump statt. Ihr wisst, was ich meine. Dass der Kurs einfach dann komplett to the moon hochgeht. Also, es sind noch so ein paar Ungereinheiten da. Habt immer mal noch ein bisschen Cash beiseite. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch sollte es jetzt wirklich hier nochmal zu einem, in Anführungszeichen, Crash kommen. Wir haben diese Doppeltop-Formation. Also, das ist charttechnisch. Sind wir noch nicht raus. Rein logisch würde ich mir jetzt aber vorstellen, es kommt jetzt eher ein Pump, dass es weiter nach oben geht. Aber gut, warten wir jetzt erstmal ab. Wie gesagt, seid nicht zu euphorisch. Wir haben jetzt auch die Weihnachtstage. Da kann sich immer nochmal in den nächsten 1, 2 Tagen was tun. Bei solchen News eben, wie jetzt das da mit BlackRock, da muss man schon etwas vorsichtig sein. Was auch interessant ist, die Hashrate ist ja sowieso seit Mitte 2021 komplett to the moon. Wir erreichen immer neue Allzeithochs. Liegt natürlich auch daran, dass BlackRock, Vanguard, alle in Mining-Unternehmen natürlich auch investiert sind. Das heißt, sie kriegen indirekt sowieso schon Bitcoin. Das sind alles so Sachen, wo ich ein bisschen vorsichtig sein würde. So, dieser 3. Januar muss man wirklich mal drauf achten. Das können wir vielleicht mal hier ein bisschen im Kalender hier mal einzeichnen. Ja, machen wir es mal hier. Das ist dieser 3. Januar. Machen wir mal hier eine Linie rein und schauen einfach mal, was da dann so passiert. Aber bitte, wie gesagt, noch nicht zu überhypt sein. Momentan sind wir aus diesem Rising Wedge erstmal seitlich ausgebrochen. Auch das ist noch das bearerische Pattern. Ihr könnt euch noch an das letzte Video vorgestern erinnern. Wir haben immer noch diese Struktur auf Daily-Sicht, die immer noch hergeben würde, zumindest in die 40k-Region zu gehen. Man muss aber auch dazu sagen, so wie wir uns momentan verhalten, wir haben jetzt die Weihnachtsfeiertage, rechne ich jetzt nicht mit einem 10% Dump, der jetzt kommt. Kann alles danach natürlich noch passieren. Aber jetzt in den Weihnachtstagen rechne ich nicht damit. Ich versuche jetzt auch eher immer wieder die Dips zu kaufen. So, zum Beispiel hier diese Range um, ich sage jetzt mal 42.000 oder 43.000 US-Dollar, die wir ja schon mal die letzten Tage hatten, könnte sich vielleicht nochmal ganz kurz dafür eignen, dass wir hier vielleicht nochmal runtergehen. Ich sage jetzt mal maximal 42k, bevor wir dann möglicherweise hier wirklich ein richtiges Top bilden. Oder hier die Pre-Bull-Session dann befindet für eben einen angeblichen Spot-ETF. Das erstmal zu Bitcoin. Mehr gibt es gerade bei Bitcoin ehrlich gesagt auch nicht zu sagen. Dann habe ich gestern, weil mir das momentan etwas viel ist. Also es geht jetzt nicht um Analyse unbedingt, aber ich habe gestern geschrieben, Video fällt heute aus. Also es war halt gestern so und vielleicht am Morgen früh eins, genießt den Tag und lasst euch nicht in irgendwelche Hype-Coins reindrängen. Die können schneller fallen, als euch lieb ist. Weihnachten ist auch mal dafür da, um etwas Gas rauszunehmen. Und was habe ich damit gemeint? Richtig Solana. Solana und noch viele, viele weitere Shit-Coins pumpen momentan bis zum geht nicht mehr. Und dann gebt einfach mal auf YouTube zum Beispiel nur Solana ein. Ihr werdet mit Thumbnails etc. mit Moon-Prognosen des Todes durchgeschüttet. Wenn wir uns jetzt dann mal auf Coin-Market-Cap, ganz kurz das angucken, sehen wir, dass Solana mittlerweile auf Platz 4 ist. Mit 5,8 Milliarden. Ne, warte mal, das ist das Volumen. Market-Cap knapp 50 Milliarden Market-Cap. Nur noch Tether und Ethereum ist davor. Solana ist immer noch das, wo FTX einen Haufen Bestände hat, wo immer noch verkaufen kann. Solana ist immer noch das, wo die Blockchain immer mal wieder down war. Und was weiß ich, was da alles für Scheiße im Hintergrund gelaufen ist. Also lasst euch bitte nicht nur aufgrund irgendwelcher YouTube-Videos jetzt irgendwie da reinmachen. Holt euer eigenes Research, sucht euch Nachkaufzonen, wenn ihr da unbedingt noch rein wollt. Aber versucht nicht auf diesen Sprung oder auf dieses reitende Pferd hier immer noch aufzuspringen. Es macht keinen Sinn. Und das ist auch der Grund, warum ich mich in den letzten Tagen oder in den letzten ein, zwei Wochen dagegen entschieden habe, euch irgendwie in irgendwelche Altcoins noch reinzujagen. Ey, wir haben eine komplette Playlist, da sind über 100, 200 Videos drin, die wir den ganzen Bärenmarkt gemacht haben. Ihr hattet lange genug Zeit, um Altcoins zu kaufen. Jetzt noch irgendwie auf Biegen und Brechen in irgendwelche Pumps? Ne, macht keinen Sinn. Lasst es einfach. Lasst das Ding reiten, lasst die Leute auf die Schnauze fallen und gut ist. Für alle, die da drin sind oder da unten den Mumm hatten und hier eingekauft haben, ey, nehmt Profite. Aber versucht jetzt nicht bei 114 US-Dollar da noch einzusteigen. Wie hoch soll das Ding noch kommen? Also, wie gesagt, wir sprechen hier von 50 Milliarden Market Cap. 50 Milliarden, ne? Wir sind noch nicht in einem Bullrun. Da kommt noch sehr, sehr viel Kapital runter. Wir haben das Circulating Supply von, wie sagt es mal, 75% sind draußen, 25% kommen noch auf den Markt, ne? Also, alles macht ein bisschen Research. Versucht bitte nicht hier auf irgendwelche YouTube-Trends und sowas. Ich habe da einfach momentan überhaupt keinen Bock drauf. Deswegen mache ich nur noch die Bitcoin-Videos. Vielleicht im neuen Jahr oder wenn eine Korrektur kommt oder ein Crash kommt. Vielleicht haue ich dann mal wieder ein, zwei Videos raus. Aber momentan habe ich da einfach keinen Bock drauf, auf diesen Zug aufzuspringen. Das ist nur meine Meinung dazu. Wollte ich euch jetzt noch mal ganz kurz vor Weihnachten durchgeben. Bitcoin kaufe ich natürlich trotzdem täglich weiter. Also, daran hat sich nichts geändert. Momentan kaufe ich weiter einen Spot, täglich Position. Ansonsten, Ethereum tut sich sehr, sehr wenig. Der ganze Kryptomarkt etwas zur Ruhe gekommen. Stockmärkte sowieso haben wir jetzt erstmal zu. Und ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob ich die nächsten ein, zwei Tage jetzt Updates mache. Je nachdem, ob was passiert. Ansonsten wünsche ich euch allen natürlich schöne Weihnachten. Lasst es euch gut gehen. Handy auch mal ein bisschen beiseite. Ganz, ganz wichtig. Genießt die Zeit mit euren Freunden, Familien etc. pp. Und ansonsten war es das von meiner Seite natürlich. Wir hören uns dann, ja, entweder nach den Feiertagen wieder oder vielleicht in den Feiertagen, je nachdem, was passiert. Aber genießt die Zeit. Vielen, vielen Dank nochmal, auch von meiner Seite schon mal für dieses ganze Jahr. Hat riesig Bock gemacht. Gebt euch die letzte Podcast-Folge des Jahres. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und dann lasst euch heute Abend reich beschenken, falls ihr Weihnachten feiert. Wenn nicht, macht euch einfach einen schönen, gemütlichen Abend. Genießt alles mit eurer Familie. Und ansonsten war es das von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns dann in den nächsten Tagen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.